Ist das ein Interview? Ist das eine Interview-Situation? Mich ekelt es an. Degudant. Ein Sexclub. In der Dezession. Ein Sexclub. Was kann man dort machen? Was machen die dort? Wer beim Buchstaben G gleich an Glied, Gangbang und G-Punkt denkt. Schauen Sie, Goethe. Goethe hat überhaupt nichts. Goethe war ein großer, ich möchte fast sagen, ein großer, überdimensionaler, oder vielleicht sogar überpotenzieller, potenter Erotiker. Die Regierung, das ist die Hure der Kunst. Jetzt habe ich Hure gesagt, weil ich mich so aufgeregt habe. Gruppen 6 an sich kann ja nicht gleich als Gesamtkunstwerk. Da müssen einige Credenzien stimmen und beigemengt werden. Und dann kann man das... Ja. Ich werde jetzt gerade nervös. Das sah ich so aus? Frechheit! Jimmel! Haben Sie das gehört? Die haben gedacht, ich wäre im Swingerclub gewesen. Echt? Um was geht es denn eigentlich? Äh, ja, äh, äh, ja. Diese Skulpturen da beim Museumsquart hier. Also, ja, also, ja, ich habe mich einfach nicht gesehen, ja. Ähm, ja, ähm, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ähm, tja, schön finde ich es nicht, ne. Ich meine, provoziert, das hat es mich auch nicht, ne. Ich meine, ich mag das schon, ne, bläulich, ne. Also, bläulich, die Farbe ist schon, das ist schon schön, ne. Da diese Skulpturen, in der Realität, in der Natur, in unserer Wirklichkeit, äh, auch überdimensional, übergroß, um nicht zu sagen übermächtig, gebaut sind, ähm, das ist auch in Kalifornien so. Obwohl, das hat ja so ein bisschen einen Stich ins Lill ane, ne. So ein bisschen, ne. Das mag ich nicht. Das stößt mich sogar, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das stößt mich sogar ein bisschen ab, ne. Wenn ich mir zum Beispiel, und ich empfehle Ihnen dasselbe, vorstelle, vor Augen führe, so ein Gemächt, ein übergroßes, ein überdimensionales, vielleicht auch überpotenziell, verzeihung, überpotentes, äh, Fortpflanzungsorganes männlichen Geschlechtes, und, äh, die Folgen wage ich mir gar nicht auszudenken. Für den kleinen Mann. Nein. Das ist Steuerhinterziehung, das ist Steuerhinterziehung. 90 Euro! 90.000? Sehen Sie? 90.000! Das ist sogar noch mehr! Also, das ist, das ist eine freche, äh, wenn's so ein bisschen ins Grünliche geht, ne. Grün ist das mag ich, ne. Und, ähm, ja, also das, das mache ich wieder. Und kennen Sie das? Das Gräuliche, ne. Wenn das Gräuliche so ganz leicht ins Grünliche geht, das mache ich sehr gerne. Aber, aber, wenn es dann so ins Bräunliche geht, ne. Sehen Sie? Das sind Kinder. Sehen Sie die Kinder? Ist das nötig? Dieses Kind wird einen Faden davon tragen. Sein ganzes Leben lang. Nur wegen dieser Kunst. Das ist doch keine Kunst. Das ist doch eine Kunst! Oh! Ja! Das ist doch eine Kunst!